So, Five Nights at Candy's Remastered. Auch mal wieder am Start. Einfach Five Cats und FNAF Hypes. Machen wir so auch. Ich finde, das ist eines der besten Fangames. Und ich glaube, das war mit eines der ersten sogar von FNAF. Wir starten rein. So, das stimmt. Das war auch. Ich will den. Die Kameras sind auch über WLAN. Das sieht man ja. In dunklen Räumen einfach mal Kameras anbringen. Okay, also. Es ist halt viel. Es ist halt klassisch von der FNAF. Über die Türen. Kameras. Und natürlich. Und so halt. Ich weiß nicht wie. Ich will eigentlich alle Nächte durch haben, aber ich weiß nicht, ob wir es wirklich machen. Also ich sag mal, bis nach drei ist okay, aber danach weiß ich nicht. Das ist Blank. Da ist der Pinguin. Da ist Chester. Das wäre halt viel, 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 viel geschnitten. Ich weiß nicht. Da sind die Pinguin. Da sind viele, ich sag dir. Äh, so. Du hast auch drei Security-Doors in deinem Office. Ich will den haben. Ich will den Herr haben und den Burger. Wir haben ein Uhr. Das ist geschlossen. good. Bleib. Du bist jetzt zu Ende. Du hast Kurve. All das ich weiß für sicherlich, ist, dass sie mehr und mehr Power nutzen, je länger sie geblieben werden. Du willst keine Zeit zu lange geblieben. Der Erweiter, warum ich den Power nennen sage, ist, dass es ein Restaurant am Abend richtig municipale genetert. Was nur ein bestimmter Umzug hat. Oh, das ist schon weg. Oh, das ist schon weg. Also, nicht mit dem Ticketboot, oder? Sie werden nicht von da rein kommen. Das sollte alles sein. Du hörst von mir wieder auf deinem nächsten Schiff. Auf Wiedersehen. Und sie ist eigentlich auf Camp 12 dann, nach einer Zeit. Kaufe nichts. Kaufe nichts. Ja, und es ist halt echt so, du hast die Türen halt, aber du siehst halt die Augen. Okay, die steht da immer noch. So, es ist nur rechts und links schauen und... Ah, ich weiß nicht. Aber der Affe ist diesmal nicht da. Letztes Mal kam der schon in Nacht 1. Am 3 Uhr, was soll denn großartig passieren? Jetzt ist sie auf Camp 12, er ist immer noch auf Camp 5. Er lugt noch nicht hervor, du lugst auch noch nicht hervor. Okay. Okay. So. Ja, das... Ist halt das Spiel, ne? Wir warten jetzt eigentlich nur, bis der kommt. Ach, jetzt will er aufs Klo gehen. Und sie gleich hinterher, wir wollen jetzt nicht wissen, was die da machen. Können wir die nicht da anbinden? Okay, du hörst das Stampfen. Er ist auf der Bühne, sie ist noch hier. Der Schimpanzer brotzt nicht blank, ist... Ey, Moment. Naja. Man hört zu Stampfen, wenn die kommen. Okay. Wir haben 4 Uhr, also... Wir haben 5 Uhr. Und die Prozentanzahl, die würde ich mir... Wir müssen das mal wünschen. Er ist doch schon wach. Aber er steht halt auf. Aber was passiert denn jetzt großartig? Nicht... Nicht gerade viel, ne? Aber... Aber er ist wieder da. Oh... Kommt nochmal einer? Hm... Wann läuft jetzt? Kennen ihn, ne? So... So... Hm... Will ich das heute nochmal was? So... Zweimal Besuch ist jetzt auch nicht... So toll. Ja, und? Ja, und? Wo bis jetzt Nein geht? Jaa, tsch... Tsch... Untertitelung des ZDF, 2020